Ja, sehr eng. Also ich meine, wir sind generell im Netzwerk, deswegen gibt es wie Malas und Marys Positionen. Also wie Malas und Mary reden fast jeden Tag immer nicht mit jedem Standort, aber je nachdem, wo halt Bedarf an den Standorten ist. Und das gilt für alle unsere Themen, das gilt jetzt nur für dieses Thema. Und daher ist das ein sehr, also obwohl wir so global aufgestellt sind, eine sehr kleine eingeschweißte Truppe, ja, also mit all unseren 27 Standorten, jeweils, also entweder mit dem HR-Manager oder je nachdem, wie groß das Werk ist, eben auch mit denjenigen, der Training und Development verantwortet, obwohl wir das nicht in jedem Werk haben. Das kommt auf die Werksgröße an. Genau, und dann sind wir einfach, wie gesagt, auch im Auslöschen über alle Themen, egal ob das jetzt dieses Thema ist oder nicht und sind auch jederzeit als Ansprechpartner. Dafür sind die Positionen von Mary und Vimaler ja tatsächlich gedacht, weil wir das nicht alleine ausrichten können. Wir müssen sehr stark mit denen zusammenarbeiten.